hallo freunde heute machen wir luftige sehr sehr leckere spritz küchlein die gibt die kennt ihr bestimmt vom bäcker aber die können wir auch viel leckerer und in großen mengen und viel billiger selber machen fangen wir an aber ich weiß mal schnell in einen rein glückspilz und zwar habe ich hier im topf wasser ich gebe dazu eine gute prise salz eine tüte vanillenzucker und hier sind ist butter ein stück butter das wird jetzt hier zum kochen gebracht so schaut mal es kochte auf butter hat sich aufgelöst jetzt gebe ich das mehl in einem schwung hinein und rühre das ein das ist jetzt immer noch auf mittlerer hitze an das ganze bis das mehl komplett eingesaugt wurde von dem teig so fertig schaut mal da habe ich den ganzen großen klumpen jetzt nehme ich vom herd und lasse es um die drei minuten abkühlen dann kommen die eier rein das kühlt jetzt ein paar minuten ab jetzt habe ich hier drei eier die werde ich nach und nach hier ein rühren am besten mit dem mixer und ich werde auch schauen ob wir dann noch ein viertes ei brauchen so und wenn da zwei eier auf einmal rein flutschen geht die welt auch nicht unter also ich habe große eier da hat haben drei stück gereicht wenn ihr eher kleinere sorte habt dann nehmt bitte vier stück aber wir sind noch nicht fertig wir machen jetzt noch einen teelöffel backpulver hinein und auch noch mal mit dem mixer einrühren den teig gebe ich in eine spritztüte perfektico so ich habe mir das ganze auf einen schmalen becher gespannt dann kann man da bisschen einfacher das abfüllen so und schaut mal so sieht die tülle aus hier perfekt hier habe ich backpapier geschnitten in schmale lange streifen und hier drauf geben wir unsere unseren spritzkuchen in einer runden form ich mache das jetzt erst mal in die mitte und dank diesem trick können wir das wunderbar in das heiße öl gleiten lassen schaut mal ich mache das in zwei ringen so zwei ringe übereinander sollte das jetzt etwas hier schief gegangen sein dann tunkt man seinen finger ins wasser und bringt das ganze in ordnung zum anbraten nehmen wir entweder eine fritteuse oder einen kleinen topf oder hier wie bei mir kleine pfanne öl ist da circa zweieinhalb zentimeter hoch und wenn das jetzt erwärmt ist lasse ich hier unsere teilchen hinein und die lösen sich da auch ganz schnell löst euch mal okay die lösen sich gleich ich mache schon mal die nächsten hinein da löst sich das jetzt langsam ab perfekt und hier drauf gut abtropfen lassen heißes fett ist nicht lustig hier drauf können wir dann die nächsten machen vor allem sollte man die am anfang öfter wenden dann gehen sie auch wirklich schön auf also bis sie wirklich schön braun sind dauert es vielleicht vier fünf minuten maximal und dann kann man die auch schon rausholen ich hole das auf dem teller mit crepe papier 18 stück habe ich aus der menge rausbekommen wenn man natürlich größere ringe macht dann hat man ein bisschen weniger wie am ende aber so ist es fein jetzt schaut mal jetzt machen wir den guss ich habe hier puderzucker habe hier zitronensaft und gibt dazu bisschen wasser und das werde ich jetzt hier und wirklich nach und nach hinein geben nicht zu viel weil puderzucker nimmt wirklich einfach das wasser auf und dann ja so jetzt kann man noch ein bisschen dazu geben reicht immer noch nicht geben wir noch wasser dazu wir brauchen eine masse die man einigermaßen gut schmieren kann aber die darf nicht zu flüssig werden zu flüssig wird das ganze dann durchsichtig dann sieht es nicht so hübsch aus geht zwar auch aber hübscher ist wenn man so eine weiße masse hat ja so ist es gut perfekt nun nehme ich die abgekühlten spritzkuchen die wunderschönen und tun sie mit einem ende so hinein perfekt und so kommen die dann auf den teller zum fest werden nach ungefähr zehn minuten ist die oberfläche schön fest geworden und dann kann man die schon genießen freunde die sind so so lecker also ich habe auch schon zwei stück in den zehn minuten gegessen die sind so lecker hier habe ich einen schaut mal da habe ich schon mal reingebissen ich zeig nochmal das ist so lecker ich befürchte also meine größte sorge ist dass ich wirklich viel zu wenige für heute abend gebacken habe doppelte menge wäre schon angebracht meine lieben ich hoffe ihr backt es nach freue mich über eure kommentare freue mich über eure likes und falls ihr mich noch nicht abonniert habt dann bitte abonnieren abonnieren kostet auch nichts vielen dank und bis bald eure xenia